Die Frage ist, wie viel vorbleiblich macht was? Wenn ihr auf den Schienen wegsetzen müsst, und wenn ihr nur in der ersten Stunde steht Ja, der ist hier vorhin über 31 gefahren, oder? Oder so, über 32. Ja, der Manniberg. Ja, der, ey, mit der 42. Die setzen da weg. Ach, die haben den weggesetzt. Die setzen jetzt weg. Ich wusste es nicht, ich wusste es nicht. Hat der jetzt, hat der jetzt, ähm, hat der den Erlass geklärt? Gut, also machen wir die jetzt zur Pause. Und ihr wollt so auf B27 machen, oder? Hatten die Platz mit der Suche, oder wie? Können von Elflich nach Siema ran? Na bitte. Ach, da machst du B27? Die ist 160. Ja, weiß ich nicht, mit was davon? 160. Ja, der ist so, wenn wir ihn nicht mehr wissen, der braucht sogar B27. Wer hatte da? Wenn du ihn in Bruna einen Bahnhof gehst, sonst anfängt der wiederum. Ja, da seht ihr hier. Da seht ihr morgen, weil wir da unter Sittich stehen. Der steht von 27 Jahren hierher. 15, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Der hat sich jetzt in Bruna da angehen. Ne, ne, ne. Ich kann das nicht. Kaffee Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.